Ein Monatsrückblick und was für ein Monat, obwohl wir mitten im Sommer sind, muss man sagen, war am Kryptomarkt doch viel los und natürlich auch links und rechts davon und dementsprechend viel Implikation auf den Kryptomarkt. Mirko, ich bin froh, dass du Zeit gefunden hast. Hi! Ja, also ich bin erstmal froh, dass es dir gut geht, dass du wieder fit bist und dass wir endlich wieder einen Monatsrückblick machen können. Ja, Timing ist, glaube ich, ganz gut. Es sind echt tatsächlich viele Dinge passiert. Wenn man auf den Kurs guckt, kann man auch ein bisschen Bewegung feststellen, aber wenn man ein bisschen weiter rauszoomt, merkt man schon, wir sind länger schon in der Range, wir sind länger eigentlich in einem ruhigen Marktsentiment, was auch die Nachfrage angeht. Aber, und das ist jetzt schon mal vorweg das Positive, wir sind bei einem extrem starken Kurs, bei extrem starken Entwicklungen, wo ich wirklich gerade für die Zukunft weiter gutes Fundament sehe, dass das für uns doch gut laufen könnte. Das musst du doch sagen, weil du verdienst beim ganzen Kryptomarkt dein Geld. Wenn du kein Interesse daran hast, dann wird es doch nicht mehr laufen bei dir. Nein, Scherz beiseite. Wenn wir jetzt mal das Thema anschauen, bleibt noch erstmal vielleicht etwas weiter weg vom Kryptomarkt, dann schauen wir uns mal die politische Lage an. Da ist ja in den USA einiges passiert. Wir haben festgestellt, einmal von Seiten Trump wurden sehr viele kryptofreundliche Äußerungen getätigt. Auch Joe Biden hat dann plötzlich angefangen, das gar nicht mal so schlecht zu sehen, aber hat gemerkt, opala, da gibt es relativ viele Wähler, die eigentlich den Kryptomarkt für sich entdeckt haben. Und damit kann ich vielleicht auch Wähler für mich gewinnen. Dann gab es den Anschlag auf Donald Trump. Seine Chancen sind auf dem Wahlsieg extrem gestiegen, zumindest wenn man sich die Meinungen in Wettbüros anschaut. Und jetzt natürlich die Frage an dich. Wie siehst du das für Bitcoin für den Kryptomarkt insgesamt, wenn Donald Trump jetzt mal wirklich Anfang November zum amerikanischen Präsidenten gewählt werden würde? Ja, was soll ich sagen? Also ohne uns jetzt hier politisch zu weit aus dem Fenster zu lehnen, wir sind jetzt beide keine Politikexperten und ob Donald Trump kommt oder nicht, haben wir sowieso gar nicht in unseren Einfluss. Wir dürfen nicht wählen. Und ich glaube, unsere Wahl wäre auch klar dann. Grundsätzlich ist aber erstmal gut zu sehen, dass die Präsidentschaftskandidaten allgemein Krypto auch auf ihre Wahlagenda genommen haben. Du hast jetzt Donald Trump genannt. Joe Biden, wissen wir, wird nicht mehr als Präsident antreten. Kamala Harris ist jetzt auch sehr offen für Krypto. Man merkt, da ist eine ganze Wählerschaft und Interessensgruppen, die das Ganze bewegt. Und was ich besonders beachtenswert finde, sind dann Aussagen auch von Donald Trump, der eben sagt, und das kann ich einfach eins zu eins nachvollziehen, Er möchte, dass Bitcoin und Krypto, die gesamte Industrie, auch die Blockchain-Technologie in den USA einfach einen guten Standort vorfindet und damit eben auch führend wird, wie es eigentlich in der ganzen technischen Breite so ist. Wir wissen, die großen Tech-Unternehmen sitzen in den USA, in Silicon Valley und das wird dann eben auch für Krypto so sein, wenn, und das ist jetzt glaube ich fast egal, ob jetzt Donald Trump oder Kamala Harris Präsident wird oder vielleicht doch ein anderer Kandidat. Ich glaube, jeder wird sich hier in Sachen Krypto in den nächsten vier Jahren nochmal ganz anders aufstellen und das ist für uns auf jeden Fall sehr gut. Also das Gute daran, auch unabhängig von Trump, wenn auch er, glaube ich, derjenige ist, der extrem bullisch gegenüber dem ganzen Thema ist. Er selber ja Kryptos besitzt, wie man auch weiß. Ich glaube, so ein eigener Meme-Coin lief auch ganz gut. Und wir haben auch so Aussagen aus dritter Hand erfahren, dass Herr Trump darüber nachgedacht hatte, ja vielleicht ja auch neben Gold auch ein bisschen Bitcoin zur Stützung der heimischen Währung vorzunehmen. Ich meine ganz ehrlich, nach dem Thema, die Institutionellen können jetzt über ETFs in Bitcoin investieren, dann wirklich schon einen Schritt zu gehen, dass der erste Staat nicht, weil sie irgendwo was beschlagnahmt haben, das Land Sachsen, sondern wirklich bewusst den Schritt gehen, ist natürlich schon ein ziemlicher Ritterschlag für Bitcoin. Also danach fällt mir die Fantasie, was sonst alles passieren könnte. Nee, absolut. Und deswegen ist es auch direkt das erste Thema von uns. Die US-Politik wird ein maßgeblicher Faktor sein in den nächsten vier, fünf Jahren, was die Kryptoentwicklung angeht. Also wir haben Europa mit Mika, den Regulierungen und den Entwicklungen, ja, auf der einen Seite. Wir wissen aber auch um die Central Bank Digital Currency, der digitale Euro, der vorangetrieben werden soll in den USA. Donald Trump hat klar gesagt, er will sowas zum Beispiel nicht. Und da wäre es dann super interessant zu sehen, wenn er dann auch sich sogar entscheidet, eben Bitcoin als Reserve einzulegen, eben alternativ zu Gold, das digitale Gold mit reinzunehmen. Hier ist auch übrigens interessant, dass auch eben Larry Fink, der sowieso der CEO von BlackRock sehr pro Krypto ist, er hat ja auch den Bitcoin ETF an den Start gebracht, sagt immer wieder digitales Gold, dass er ja auch bei Donald Trump auf dem Zettel steht für eine wichtige Position. Also da ist zu Recht viel Fantasie, muss man sagen. Und das ist, glaube ich, auch das, was die nächsten Jahre die Märkte so ein bisschen mit beflügeln könnte, weil du schon richtig erkannt, wir sprechen gleich auch über den Ethereum ETF, die ETF-Produkte sind da, die Institutionellen können investieren. Wir sehen, die gehen nach und nach rein. Ja, der nächste Schritt wäre dann eben tatsächlich ein Start und das wäre krass. Ich habe in einem Video von mir geschrieben, das würde alles ändern und das würde wirklich alles ändern, weil das wäre Next Level definitiv. Du hast gerade angesprochen, politische Meinungen, politische Lage, neue Positionen. Ich glaube, in einem wichtigen Organ, in einer wichtigen Behörde der USA würden dann wahrscheinlich auch neue Positionen vergeben werden, oder? Ganz sicher sogar. Also die SEC, da werden Köpfe rollen und vor allem, also allen voran eben der Chef, Gary Gensler, davon bin ich auch überzeugt. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei der FED eine neue Besetzung stattfinden würde, wenn Trump der Präsident würde. Ich muss sagen, bei der FED finde ich es jetzt nicht ganz so kritisch. Bei der SEC wäre es wirklich wichtig, weil Gary Gensler offensichtlich die Person gerade ist, die so ein bisschen die Kryptoentwicklung blockt. Und erinnert euch daran, als damals Gary Gensler gewählt oder die Position besetzt hat, waren ja noch alle sehr optimistisch. Ja, der hat doch schon über Bitcoin auch viel gesprochen. Der kennt sich aus, der weiß, was los ist. Ja, der Mann kennt sich so gut aus, dass er heute immer noch nicht weiß, obwohl wir ein Ethereum-ETF haben, ist es ein Wertpapier oder nicht. Ich denke, der Kopf wird rollen und es wird ein nächster Kandidat sicherlich aktiver dann die nächsten Krypto-ETFs vorantreiben. Und das dürfte dann auch im Altkorn-Bereich Hoffnung machen. Solana wäre dann schon der nächste Kandidat. Krypto-ETFs, insgesamt Krypto-Verwahrung, weil bisher, wenn eine Bank was verwahren will, muss sie ja theoretisch bei Coinbase es aktuell machen. Mittelfristig ist zu überlegen, ob dann Banken selber auch eine Art Verwahrlizenz, Verwahrstatus bekommen. Da wird es definitiv einiges geben und du hast ja schon angesprochen, Donald Trump will USA zum Kryptoland mit einer führenden Kryptoindustrie machen. Und dafür brauchst du halt auch Klarregulatoren, das ist auch schwierig, und die natürlich auch möglichst positiv das Umfeld bestimmen. Denn was man auch für Donald Trump weiß, ist jemand, der immer wieder für Deregulierung spricht, was einmal für den Finanzsektor natürlich interessant sein könnte. Finanzsektor hat Interesse an Krypto, Krypto kriegt vielleicht eine Regulierung, die etwas offener ist. Ist definitiv spannend. Und du hast neben der SSE gerade auch die FED angesprochen, hier kam ja von Herrn Trump auch schon eine Ansage, und zwar die Aussage, bitte die Zinsen vor der Wahl nicht senken. Ja, eigentlich hat der Präsident kein Befugnis und derjenige, der vielleicht Ex-Präsident war und präsent werden möchte, noch weniger. Aber nichtsdestotrotz, klar, die Aussage ist, wenn jetzt die Zinsen gesenkt werden, könnte das natürlich positiv für die jetzige Regierung ausgelegt werden. Darum seine klare Ansage, macht das denn danach. Ach, jetzt mal insgesamt, egal welchen Wunsch der Herr Trump hat zu dem Thema, senken oder nicht, was glaubst denn du? Wo haben wir denn Ende des Jahres die Zinsen? Ich weiß, Ende letzten Jahres haben wir von diesem Jahr schon gesprochen, da haben wir zwei oder drei Senkungen, ja, Pustekuchen. Aber traust du jetzt zu zu sagen, also mindestens ein Viertel Prozent, oder sagst du... Das Gute ist, je näher oder je weiter wir jetzt im Jahr fortschreiten, desto einfacher ist die Prognose zum Jahresende hin. Und ich glaube, das Jahr hat uns gelernt, auch das Letzte, diese ganze Zinsthematik, die ganze Inflationsthematik ist sehr zäh, zäher, auch als viele Markthernehmer sich wahrscheinlich erhofft haben. Wir haben jetzt gesehen, Zinssenkungen, die Erwartungen sind übers Jahr natürlich extrem gesunken. Wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, dann könnte man mit zwei Zinssenkungen in diesem Jahr noch rechnen. Ich denke, eine wird sicher passieren, nämlich im September wahrscheinlich. Wäre auch ein ganz guter Zeitpunkt, ob dann die FED vielleicht doch sagt, okay, die US-Wahlen lassen wir nochmal aus und gehen dann im nächsten Monat erst. Ich glaube, danach kommt eh wahrscheinlich eine Pause und es steht und fällt, solange es sich das anhört, mit den Zahlen. Man sieht, die FED kann ja auch nur von Monat zu Monat schauen, weil erst dann weiß man, hat es irgendwelche Effekte. Und ihr seht da draußen ja auch, die Effekte sind extrem nachgelagert. Und genauso sage ich auch, wenn die Zinsen sinken, ist das ja erstmal gut. Es kommt nach und nach billigeres Geld, bedeutet mehr Risikoaffinität. Anleihen werden weniger attraktiv, das Risiko geht wieder mehr auch in Aktien, in Risikowerte rein. Dazu zählen Bitcoin und Krypto immer noch und das wird uns gut tun. Kurzfristig, dann kann aber womöglich eben aus verschiedenen Gründen auch mal ein bisschen Unruhe in den Markt kommen. Wenn wir mal Zinssenkungen in der Vergangenheit sehen, auch das haben auch viele bei mir in den Videos immer wieder kommentiert, dann geht es mit dem Markt bergab. Ja, warum? Weil es in der Vergangenheit dann eben immer auch Zinssenkungen aus Rezessionsgründen waren. Die Wirtschaft musste angekurbelt werden. Stand jetzt ist es in den USA nicht zwingend nötig, aber ich glaube, je länger man wartet, desto kritischer wird das. Und ob es nicht vielleicht sogar schon zu spät ist, weil es ja so nachgelagert ist, werden wir dann im nächsten Jahr sehen. Ich glaube aber, egal was passiert, ein klärendes Gewitter wäre nur gut, wenn keins kommt, dann wird irgendwann eins kommen. Und am Ende des Tages, lange Rede, kurzer Sinn, die nächsten vier, fünf Jahre werden dahingehend super interessant und auch wieder mit niedrigeren Zinsen wesentlich attraktiver. So ist es natürlich sehr leichtsinnig für dir zu sagen, je näher wir ins Jahresende kommen, wie leicht es eine Aussage zu treffen. Dann wie leicht ist denn die Aussage für dich zu sagen, liegen wir am Jahresende eher 20.000 Dollar über oder unter dem aktuellen Bitcoin-Stand? Ich würde sagen, darüber. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir mit der Präsidentschaftswahl einen neuen Impuls bekommen, dass wir wahrscheinlich auch jetzt aufgrund der Saisonalität in Q4 vielleicht auch wieder mehr Aktivität im Gesamtmarkt sehen. Nicht nur im Kryptomarkt, auch im Finanzmarkt. Der läuft ja schon extrem gut. Davon bin ich eigentlich überzeugt, dass wir höher stehen. Heißt auch ein neues Allzeiter, Doris, für mich dieses Jahr durchaus realistisch. Und das ist für mich jetzt auch erstmal die Grundannahme, weil die aktuelle Entwicklung nichts Gegenteiliges hergibt. Du weißt selber, wir kriegen noch spannende Quartalzahlen, es kommen noch viele Zahlen dazu. Und es kann sein, dass wir in dem Monat wieder ganz anders denken. Aber so läuft das ja auch bei YouTube. Annahme, keine Beratung, keine Empfehlung, persönliche Meinung. Nagelt nicht darauf fest. Natürlich will man hören, der kennt sich doch aus, der muss es doch wissen. Ja, wissen wird das auch nicht. Das würde Haus und Hof verpfänden und wahrscheinlich viele bekannte Leute in den Schatten stellen mit seiner Performance, weil er All-In gehen würde. Man kann halt nur Vermutungen haben. Natürlich auch eine wichtige Vermutung ist, ja, sind wir momentan schon mitten im Bullrun, ruhen wir uns nur zwischendurch aus. Ist er vorbei? Geht er noch weiter? Also wenn du da einfach mal dir überlegen könntest, welche Szenarien gibt es denn für dich? Sind wir jetzt gerade mittendrin? Oder welche Szenarien gibt es denn für dich? Welche ein, zwei Szenarien könntest du da ausmalen? Also wir sind mittendrin immer noch. Ich hatte gerade am Anfang des Videos auch gesagt, guckt euch die Zahlen jetzt an. Wir sind im Sommerloch. Das ist schon mal ganz klar. Das Interesse auch im Retail-Bereich ist nicht existent. Das merkt man an YouTube-Clicks. Das merkt man aber auch an vielen anderen Indikatoren. Der ETF ist immer noch recht stark. Das heißt, größeres Interesse im institutionellen Bereich ist schon noch ein bisschen auch vorhanden. Das ist definitiv nicht schlecht. Wir sind also für mich ganz klar noch in einem Bullenmarkt. Also es hat sich nicht geändert. Wir haben mit Blick auf die Vergangenheit auch das typische Midterm-Top schon gesehen. Das waren die 74.000, das Allzeithoch. Und ich glaube, nächstes Hoch werden wir auch noch sehen. 120.000, vielleicht noch ein bisschen darüber. Ich glaube, je nach Marktbedingung ist erstmal nicht mehr drin. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, vielleicht gibt es noch wirtschaftliche Probleme. Also für mich läuft der Bullenmarkt erstmal, bis die Zinsen weiter gesenkt werden und die Wirtschaft sich stabilisiert oder halt komplett in den Süden dreht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt sofort dann irgendwie riesen Wirtschaftswachstum wieder sehen nächstes Jahr. Das wird erstmal ein bisschen dauern. Ja, also von daher, wir sind mittendrin. Traumszenario wäre, dieser Bullenmarkt läuft dann jetzt vier Jahre. Das wäre bei einem Softlanding möglich. Natürlich gibt es kein Softlanding, lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster zu sagen, dass wir dann nach 120.000 zum Beispiel erstmal wieder südwärts wandern. Ordentlich korrigieren, aber immer noch auf einem Fundament, wo wir wesentlich höher stehen als bei den alten Allzeithochs. Und ich glaube so, wenn wir 120 schaffen, 50 Prozent, 160.000 werden dann auch noch realistisch. Heißt, wenn nochmal ein Bärenmarkt kommt, glaube ich nicht, dass er so lange wird, wie jetzt zuletzt mal mit anderthalb Jahren oder sowas. Also wichtig, es gab noch nie in der Geschichte ein richtiges Softlanding, dass die Zinsen genau akkurat so runtergefahren wurden, dass die Wirtschaft nicht abgewürgt wurde, weil man zu lange mit dem teuren Geld hausiert hat. Ich bin mal gespannt, dass wir es jetzt mal schaffen. Aber das heißt ja auch, wenn ich dich so mal höre, dass für dich dieser typische Kryptowintersommer, Wintersommer immer mehr so in Frühling, Herbst übergehen und irgendwann so ein typischer deutscher Frühsommer mit Regen und Sonnenschein kommen wird, aber nicht mehr so ganz gewaltige Schwankungen. Ist das, was du so glauben könntest? Ja, also allein, wie gesagt, aufgrund der ganzen Finanzprodukte, auch die Mentalität der Anleger, wenn jetzt dieses Narrativ vom digitalen Gold weiter getrieben wird, dann ist es ja auch ein Asset mit Beständigkeit. Die Volatilität wird dann sinken und man sieht ja, wie gesagt, jetzt auch schon, dass wir in einer vermeintlich schlechten Marktphase nur noch so wenig korrigiert haben, bei so dünnem Markt, dass es einfach eine Nachfrage an einem gewissen Boden immer da sein wird, ist natürlich die Annahme, dass auch weiter eben alle da pushen. Und wenn wir jetzt die US-Politik sehen, wenn wir Larry Fink sehen, wenn wir die gesamte Finanzwirtschaft gegenüber Krypto, Bitcoin und Blockchain allgemein sehen, dann ist das alles durchaus positiv. Ist keine Garantie, natürlich nicht, aber ich sage mal, auf Null sehe ich uns jetzt nicht mehr und auf 10.000 glaube ich auch nicht mehr. Aber wenn wir 10.000 bei Bitcoin sehen, haben wir, glaube ich, auch andere Probleme, weil ich glaube, dann geht es der gesamten Weltwirtschaft extrem schlecht. So, jetzt haben wir einmal die Nachfrage angesprochen von der anderen Seite aus. Lass uns ganz kurz mal auf die Angebotsseite gehen. Wir haben hier einmal The German Wallet gehabt, also diese 50.000 Bitcoins, die einfach von Movi2K-Betreibern, die Werbeeinnahmen gesammelt haben, sehr günstig bei Bitcoin eingestiegen sind und die jetzt sich damit halbwegs freigekauft haben. Die wurde jetzt komplett abverkauft. Und jetzt steht ja vielleicht für viele schon das nächste Schreckgespenst vor der Tür, weil man sagt, oh Gott, oh Gott, 148 Millionen Bitcoin werden jetzt die Inselvenzverwalter von Mt. Gox ein Kraken schicken. Dort müssen sich dann die Leute verifizieren und beweisen, jawohl, das bin ich, die gehören mir. Ja, und dann kommen die alle auf den Markt oder was passiert dann? Ja, was passiert dann? Das große Schreckgespenst. Also erstmal fand ich es super spannend, dass wir jetzt in der schlechten Marktphase eben so einen riesen Whale gesehen haben mit dem Landeskriminalamt Sachsen, die dann halt eben ihre BTC verkauft haben. Für euch als Reminder bei dem Kursstand jetzt, 66.000, hätte die deutsche Regierung beziehungsweise das LKA wesentlich mehr Geld haben können, denn 500 Millionen sind es jetzt schon mehr, hätte man ein bisschen schlauer verkauft. Aber wichtig, laut Gesetz müssen sie sogar verkaufen dürfen. Aber natürlich, du und ich hätten uns halt gehofft, Mensch, Aktienrente, dann kauf doch halt die Dinger mit Abschlag und pack die in die Aktienrente rein. Wäre schön gewesen, aber das Gesetz ist halt bisher so, es wurde auch nicht anders ausgelegt und sie müssen mit Beschlagnahmen werten, die sie so schnell wie möglich zu Cash machen und dürfen nicht spekulieren. Auch wenn jetzt viele draußen sagen, ja, aber Bitcoin steigt doch bis Ende des Jahres. Mirko hat gemeint noch 20.000 mehr. Es ist eine Spekulation, deswegen sind sie halt dann erstmal abverkauft worden. Ich glaube, es wäre auch nicht so gut, wenn die auf mich dann hören würden. Ja, sei mal jetzt dahingestellt. Ist ja gut, dass es Gesetze gibt. Fakt ist, es wäre jetzt mehr wert. Was aber wirklich gut war, das war ein richtig toller Härtetest. Wir hatten dünne Orderbücher, Panik im Markt, Korrektur, die wir ja dann auch gesehen haben, die schon auch ein Stück runter lief. Aber, und das hatte ich ja vorhin gerade auch schon gesagt, Niveaus, die direkt wieder aufgekauft wurden und jetzt eben wieder auf dem Stand sind, wo wir vorher waren und das ganze Ding ist weg. Und das ist das Allerwichtigste. Klarheit und wenig Sorge ist immer das Beste für den Markt. Und diese Whale-Wallets werden verkaufen. Es gibt auch noch in den USA eine gigantische Wallet mit Beschlagnahmen, BTC und ETH und anderen Cryptoassets. Und die werden auch wahrscheinlich irgendwann verkauft, wenn Donald Trump oder sonst wer nicht die Gesetze noch ändert. Also auch da ist ein Damoklischwert. Jetzt haben wir Mount Gox und da habe ich schon tausendmal in meinem Kanal auch gesagt, die Leute werden nicht alle direkt gleichzeitig verkaufen, weil sie es nicht können. Es wird nach und nach ausgeschüttet. Kraken war jetzt zuerst dran. Und hier haben wir auch schon den ersten Härtetest erlebt. Und Wunder, oh Wunder, gucken wir mal die On-Chain-Daten von CryptoQuant, sehen wir, dass die meisten ihre Bitcoin gar nicht verkauft haben, sondern sogar weggeschickt haben von Kraken in die Eigenverwahrung. Heißt, da sind Hottler dabei. Und ich meine, die Leute halten schon seit 2011. Also das sind Diamond Hands. Die halten seit 2011 gezwungenermaßen. Die Frage ist, wenn man sich seit 2011 mit Krypto beschäftigt hat, mit Bitcoin, ob man dann vielleicht auch über andere Wege sich weitere Bestände aufgebaut hat und man deswegen wahrscheinlich viel sattelfester ist als jemand, der sagt, ich kriege jetzt 5000 Bitcoins zugeschickt, die verkaufe ich sofort. Nee, die sind halt schon lange dabei, verstehen das, glaube ich, sind eingefreifische Bitcoiner. Ja, definitiv. Wer sich irgendeinen Traum erfüllen wollte, der hat das jetzt damit gemacht. Die, die es langfristig anlegen wollen, haben wahrscheinlich einen Großteil gehalten. Und man sieht eben, die Verkaufswelle ist nicht da. Und gerade bewegen sich die Wallets, während wir sprechen, weiter. Es geht Richtung Bitstamp jetzt die nächsten Auszahlung. Und damit wird Mt. Gox ganz schnell immer kleiner. Und damit verschwindet das nächste Schreckensgespenst. Und dann ist eben auch nicht mehr so viel da an Whales, die dann verkaufen. Ich kann dir nur eins sagen, ein Whale darf nie verkaufen, das ist MicroStrategy. Denn wenn die das machen, die haben ja sehr viel mal davon unabhängig, dann ist auch sehr viel Vertrauen, glaube ich, weg. Weil das ist, glaube ich, der Whale Number One im Laden. Also insgesamt, glaube ich, 13.000 Bitcoin-Besitzer werden jetzt ihre Bitcoins zugeschickt. Und da wird es halt wirklich spannend sein, wie viele davon halt sagen, ich habe auf meine eigene Wallet schon 5 Bitcoins, jetzt kommen nochmal 50 dazu. Juhu, vielleicht ist auch das ein Traum. Vielleicht wird der eine oder andere ein, zwei Bitcoins verkaufen, sich damit einen Traum erfüllen, ist auch okay. Ich glaube, die 148.000 Bitcoins, die werden wir nicht sofort auf den Markt geworfen sehen. Da bin ich auch ganz klar der Meinung. Wenn das insgesamt unterm Strich dann nochmal 30.000, 40.000 Bitcoins sind, das ist so die Vermutung, die ich, wenn ich mal die Daten so anschaue, ausgehen kann. Aber ich meine, wir werden sehen, vielleicht wird es viel weniger sein, vielleicht auch mehr. Und der Markt wird es letztlich auffangen. Das würde ich jetzt sagen, man hat ja auch gesehen, die 50.000 wurden vom Markt auch recht gut aufgefangen. Klar, wir haben aber wirklich mal Druck gehabt, aber der Peak nach unten wurde relativ schnell wieder nach oben aufgekauft. Das Schlimmere ist gar nicht so der tatsächliche Verkaufsdruck, sondern das, was in den Köpfen halt passiert. Und in der Marktphase, wo es ruhig ist, wo nicht viel Positives passiert, oder es zumindest nicht ausreicht, um ein neues Allzeithoch oder Kurs-Explosion zu erwirken, da werden die Anleger oder die meisten nervös. Und man hat ja auch eigentlich letztlich gesehen, der Markt war in den letzten Monaten nur getrieben durch überhebelte Positionen, also viel Future Trading, der dann den Markt auch ein bisschen mitbewegt hat. Wenn man nur auf den Spot-Bereich schaut, dann sind das eigentlich mehr Käufer als Verkäufer und das ist eigentlich ganz gut. So, wir haben ja vorher schon das Thema ETFs von Bitcoin gehabt. Ja, wir drehen jetzt heute am 24.7. Wir haben einen Handelstag, einen Halbhandelstage ETFs auf Ethereum hinter uns. Und jetzt stellt sich die Frage, same, same but different, wiederholt sich das Ganze wie am Bitcoin-Markt. Auch hier gibt es einen Grayscale-Trust, der in den ETF umgewandelt wurde. Auch da haben wir im ersten Tag Abflüsse gesehen. Ich würde hier auch ganz kurz die Grafik oder die Zahlen anblenden, die du vorhin mal geschickt hast. Das heißt, ist es genauso schlimm zu sehen, dass wir erstmal durch einen Teil der Tränen laufen? Oder glaubst du, der Markt wird sich da vielleicht schneller fangen, weil das Volumen einfach kleiner ist? Also wenn man mal in den Markt reinschaut, das ist ja auch immer super spannend, die Psychologie der Märkte ist auch immer gleich. Beim Bitcoin-ETF hatten wir gar keine Zahlen vorher. Es gab kein ETF vorher. Wir wussten nicht, wie wird die Nachfrage, wird die befriedigend sein? Die Leute waren sehr euphorisch und wenn Leute sehr euphorisch sind, kann man schnell enttäuscht werden. Also ein Sell-the-News-Event ist wahrscheinlicher. Das ist bei Bitcoin passiert. Es war auch bei Ethereum sehr wahrscheinlich, nur mit dem Unterschied, es ist jeder davon ausgegangen, dass es nicht so gut wird. Und jetzt haben wir die Zahlen gesehen und die sind solid. Die sind nicht gut, also nicht krass geil, die sind aber auch nicht schlecht. Die sind genau in der Mitte und deswegen hat der Markt auch genau das gemacht. Weder Plus noch Minus, also eigentlich so gar keine Bewegung. Und wenn wir mal nur die Inflows betrachten, sind die schon ziemlich beachtlich und auch das Handelsvolumen ist gut. Jetzt haben wir natürlich den ersten Handelstag, der ist immer am stärksten. Die erste Woche ist immer am stärksten. Es wird viel spannender zu sehen sein, wie es in den nächsten Wochen läuft. Auch gerade aus dem Sommerloch raus ist das Interesse weiter an einem Ethereum-ETF da. Ich bin davon überzeugt, der Verkaufsbruch grundsätzlich, den wir zum Beispiel durch Grayscale erlebt haben bei Bitcoin, ist genau der gleiche, den wir jetzt gerade auch bei Ethereum erleben und trotzdem der Kurs verkraftet ist. Die Outflows waren eingeplant. Es war klar, dass dieser Trust leerlaufen wird oder zumindest immer wieder Abflüsse hat. Auf der Gegenseite ist dann eben BlackRock und 21Shares mit sehr starken Inflows. Also man kann wirklich nur sagen, Abziehbild 1 zu 1 mit eben niedrigerem Volumen, ein Fünftel, im besten Fall vielleicht ein Drittel sogar des Bitcoin-Inflows und der Zuflüsse dort insgesamt. Also ich bin super zufrieden. Und für mich ist die Tür jetzt definitiv auch aufgeschlagen, dass weitere ETFs im Altcoin-Bereich an den Start gehen könnten. Heißer Kandidat ist Solana. Da gibt es schon den ersten Antrag von Van Eck. Mit einem neuen SEC-Chef, mit einem neuen US-Präsidenten oder Präsidentin wird es hier auch, glaube ich, dann da weitergehen. Und auch das sind die Impulse, die dann den Kryptomarkt befeuern. Und dann sind wir auch schon wieder natürlich bei Altcoin-Träumereien. Die sind jetzt nicht ausgeschlossen dann im nächsten Jahr. Da kommen wir gleich zu den Altcoin-Träumereien und was der Markt gerade macht. Aber davor, glaubst du, wenn wir irgendwann wirklich einen Solana-Spot-ETF sehen, ja darum geht es ja, gehen wir den gleichen Weg wie davor, muss erstmal ein Future aufgemacht werden, brauchen wir erstmal ein Future-ETF und danach den Spot-ETF auf Solana, wenn du es gerade genannt hast. Oder glaubst du vielleicht sogar mit einer neuen Führung in der SEC könnte es direkt einen Spot-ETF geben? Ja, es gibt direkt Spot-ETFs. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist von Van Eck der Antrag auch für einen Spot. Ein bisschen früh und alleinstehend, sage ich jetzt mal. Für mich ist auch ganz klar, wenn BlackRock mitzieht, wenn die anderen mitziehen, dann passiert da auch was. Stand jetzt war auch klar, dass BlackRock sich auf die beiden größten Assets fokussieren wird. Die Ethereum-Blockchain ist ja auch in Bezug auf die Real-World-Assets beziehungsweise Tokenisierung für BlackRock ein sehr großes Thema. Dort finden die ganze Zeit schon Tests statt. Also, dass die Solana Chain da dann auch irgendwann Relevanz findet, glaube ich schon. Ob sie genug institutionelles Interesse bekommt, dass man Produkte aufsetzt, bin ich jetzt gerade noch vorsichtig, weil Solana gerade jetzt im Kryptofokus eher auch auf den Memes sitzt. Also der Main Use Case sind Meme-Coins. Ist es jetzt ein Investment Case für den Institutionellen? Weiß ich noch nicht. Muss ich erstmal noch ein bisschen mehr herauskristallisieren. Aber auf jeden Fall hat Solana gezeigt, here to stay. Ob es dann auch für ein ETF reicht, ich glaube schon. Und das würde, wie gesagt, dann auch die Tür aufschlagen für weitere. Wild, kann ich da nur sagen. Ich würde sagen, nach FTX hätte man nicht geglaubt, dass man sagt, nach Bitcoin und Ethereum-ETF ist Solana Nummer drei. Also da haben sie schon einen echten verrückten Turnaround noch hinbekommen und bewiesen, dass sie ja damals sehr stengen oder eng mit FTX verbandelt waren, aber auch ohne sich relativ gut positionieren können. Du hast gerade Meme-Coins angesprochen. Wir wissen ja auch, lange Zeit war es so. Bitcoin, dann Ethereum, dann Unreincoin. Und wenn jede sauschnecht draufgetrieben wurde, hat man sich dann auf Meme-Coins konzentriert. Diesmal war es ja so. Bitcoin, Meme-Coins. Glaubst du, dass wir weiterhin so einen starken Meme-Coin-Markt sehen werden? Weil es ist ja viel einfacher heutzutage, ein Meme-Coin selber zu erstellen. Das sind ja drei, vier Klicks. Zack, du haust das Ding raus. Hast alleine den ganzen Bestand und versuchst dann, Entschuldigung, ein paar Idioten zu finden, jedes Ding abnehmen, schöne Grafik, schöner Text. Oder sagst du, bitte unterscheiden wir zwischen Meme-Coins Massenware und vielleicht auch ein Meme-Coin, der schon eine gewisse Etablierung hinter sich hat, der schon eine gewisse Follower-Schaft hat. Siehst du da Premium-Meme-Coins und Bullshit-Meme-Coins? Kann man das so nennen? Kann man so nennen, würde ich auch unterschreiben. Liegt einfach daran, manchmal werden Sachen zu groß, um noch zu failen. Dogecoin ist ein gutes Beispiel. Man sieht im Kryptomarkt sowieso, dass manche Projekte, das werden ja auch nie totgehen, weil manche einfach dann ihre Coins halten. Bots machen noch ein bisschen Fake-Volume und eigentlich existieren die Coins gar nicht mehr. Trotzdem sehen wir, dass wir in einem ganz anderen Meme-Zyklus sind als in der Vergangenheit. Also ich bin von Memes weiterhin natürlich als Investment-Case nicht überzeugt. Als Zock-Instrument ist es natürlich geeignet, weil die Leute werden immer zocken wollen. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass es ein Zock-Instrument ist. Es ist Zockerei, aber eine, die nicht mehr verschwinden wird. Man sieht, du hast selber gerade gesagt, ganz schnell können neue Coins erzeugt werden. Das ist im Prinzip, du gehst an eine Slot-Machine im Casino und hoffst, jetzt kommt genau das, was ich haben will und dann passt es. Trotzdem kristallisiert sich schon heraus, dass manche Projekte eben diesen Sprung in diese Milliarden-Kapitalisierung schaffen. Und das ist oft der Ritterschlag, dass diese Coins auch nicht mehr so schnell verschwinden, weil eben die Community auch größer wird. Und wir haben es auch bei Meme-Aktien gesehen, auch da geht die Followerschaft von GameStop nicht weg. Erst bei einer Pleite, wo die Aktie nicht mehr handelbar ist, dann ist das auch vorbei, klar. Das gibt es aber eben bei Krypto nicht, da geht keiner Pleite und der Coin wird immer handelbar sein. Also ein paar Blöde finden sich immer, um es mal ganz aggressiv zu formulieren. Ich glaube, blöd ist nur der, der denkt, damit wird er ganz sicher ganz reich. Schlau ist der, dem die Gefahren bewusst sind und der trotzdem bewusst ein Risiko eingeht und vielleicht mega Glück hat. Das sei dann wirklich jedem gegönnt. Ist es die Erfüllung des Crypto-Spaces? Definitiv nicht. Man sieht, gute, in Anführungsstrichen, wertige Anwendungen wie DeFi oder so finden da einfach weniger Interesse. Die sind aber dann eher für mich auch eher so fürs große Gesamtbild in der Zukunft relevanter. Jetzt gerade interessiert einen natürlich nur gute Renditen. Schnell soll es gehen und das geht natürlich mit Memes am allerbesten. Und ansonsten, was die Altcoins angeht, es hat sich ein bisschen geändert. Es geht zwar immer noch dieser Zyklus von oben nach unten, viel schneller aber und noch narrativ getriebener. Also eine Geschichte, eine gute Erzählung, die die Fantasie dann ein bisschen unterstützt. Und ohne die, da kann ich dir sagen, bringt das alles nichts mehr. Egal wie bodenständig ein gutes Produkt oder Projekt ist, ohne eine gute Geschichte wird es sich nicht verkaufen. Und das muss ich. Ich kann halt aber auch sagen, dass Meme-Coins, egal wie immer so steht, zumindest als Belastungsprobe für Blockchain-Architekturen geeignet sind, um zu sehen, wie viel Transaktionen halten hier aus. Ja, Solana, da ist ja extrem viel Meme-Coins getrieben. Aber auch wieder Problem stehen. Wochenblieb es halbwegs stabil. Auf Base ist ja auch relativ viel Meme-Coins-Aktion. Auch die Blockchain, da kann man zumindest, also egal was du sagst, aber sagen, es ist zumindest eine Belastungsprobe. Und wenn sie das aushalten, zeigen sich ja diese Blockchain als zumindest halbwegs stabil. Ich glaube, du hast gerade den besten Use-Case für Memes genannt, ja. Dankeschön. Zum Schluss vielleicht noch, wir haben das ganz kurz gesagt, der Altsohn-Sektor bewegt sich. Es ist wichtig, dass wir die richtige Narrative haben. Du hast in unserem kurzen Vorgespräch davor auch gesagt, ja, was jetzt auch gerade häufig passiert, dass Swaps und Merge stattfinden. Wir haben jetzt alle drei Coins zu Fetch zusammengemerged, in Anführungszeichen. Und hier wird dann demnächst auch ein neuer Coin draus werden. Ich glaube, das kennen die meisten. Aber was ist denn sonst noch am Markt unterwegs? Sonst fliegt es bei mir vorbei, habe ich gesagt, bisher. Ja, nee, also ist so ein bisschen ein allgemeiner Hinweis, also weil ich persönlich sehr, sehr viele Anfragen bekomme. Es ist eben so, dass Krypto-Projekte sich weiterentwickeln. Dieser Merge im AI-Bereich von Fetch, Singularity Net und Ocean zu ASI ist ja erstmal so ein großes Ding. Ist natürlich auch ein Narrativ. AI-Sektor, man hat jetzt hier einen sehr, sehr großen Player. Will sich zeigen, ob die wirklich aus der Kryptonische herauskommen. Wäre sehr beachtlich. Dann kann man hier auch wirklich mal gespannt drauf gucken. Aber es geht wirklich darum, dass man eben seine Assets im Altcoin-Bereich aktiv verfolgt. Bei Bitcoin wird es nie einen Wechsel geben von Bitcoin in ein anderes Netzwerk oder sonst wie. Die kann man hodeln und wirklich zehn Jahre zur Seite legen. Also jetzt überspitzt sollte man jetzt vielleicht nicht zehn Jahre die Augen zumachen. Schon ein bisschen gucken. Aber man kann auf jeden Fall wesentlich entspannter sein. Im Altcoin-Bereich muss man auf Zack sein, denn Netzwerke werden gewechselt. Render war halt zu letztem Projekt auch sehr groß im GPU-Bereich. Einfach nur das Kürzel geändert, aber vor allem auch die Blockchain. Nämlich auf Solana sind die jetzt. Und da muss man dann aktiv werden. Wenn die nämlich in der eigenen Wallet verwahrt sind, die waren vor auf Ethereum, muss man über einen Contract aktiv werden und dann eben in den neuen Coin tauschen. Denn der alte wird nirgendwo mehr gelistet sein. Man kann ihn nicht mehr zu Geld machen. Und irgendwann kann man ihn auch gar nicht mehr tauschen. Also immer aktiv sein, alles verfolgen, was ihr an Projekten habt. Dann macht ihr nichts falsch. Mein Tipp, kurzfristig gesehen zumindest, eine Börse kann hier auch Abhilfe schaffen. Denn oft machen Börsen diesen Wechsel für euch automatisch. Aber im besten Fall dann nur über den Zeitraum des Wechsels auf die Börse und dann wieder in die Eigenverwahrung. Ja, aber grundsätzlich gilt eben die Devise, dass A in Altcoin steht für aktives Handeln, auch in Bezug auf solche Wechsel. Ich glaube, bei der anderen relativ großen Chain steht ja auch was an. Bei Polygon wird ja auch demnächst der hauseigene Token ja gewechselt, theoretisch. Genau. Von Matic auf POL, komplett dann eben auf dem Polygon-Netzwerk besser gesagt. Und da muss man dann auch aktiv werden, wenn man die eben noch auf dem Ethereum-Netzwerk hält. Wenn man sie auf dem Polygon-Netzwerk hält, da wird es einfach von selber getauscht anscheinend. Alles andere muss man auch diesen Smart-Contract übertragen quasi dann. Genau. Ja, so wie man sieht, es gibt immer wieder was zu tun. Du sagst es schon, wenn man sich im Altcoin-Markt tummelt, dann muss man definitiv einen strengeren Blick darauf haben und nicht nur im Vierjahrestakt nach Bitcoin gucken, sondern wirklich häufiger drauf schauen. Schafft man eh nicht. Irgendwas in der Welt, wo keiner mehr gelistet hat, damit hat man auch keinen Spaß. Mirko, ich würde sagen, es wird immer wieder Zeit, dass du in den Urlaub gehst. Und vielleicht so im November, weil da haben wir eh Wahlen. Dann haben wir vielleicht auch dann die Zinssenkung. Und wenn du da noch im Urlaub bist, also spätestens, dann könnte es ja wirklich gegen Ende des Jahres noch richtig schön werden. Verdient hättest du es auf jeden Fall. Aber bis dahin sehen wir uns auf jeden Fall wieder hier zum nächsten Update. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.